Ich tanze Samba, ich tanze Samba, Ole, ich tanze Samba, ich tanze zu Hause, Juppteh, ich tanze Samba, ich tanze Samba, Ole. Du weißt schon, dass du wieder arbeiten musst. Was? Ich muss wieder arbeiten? Juppteh auch nicht. Seit Wochen sitz ich wie ihr zuhause und geh nur mit ner guten Begründung raus. Ich frag mich jeden Tag, was darf ich und ständig höre ich, nee, das nicht. Aber meine Sachen sind nun gut gepackt, hab bei Schach jetzt auch nen Highscore. Vor 5 Tagen hab ich YouTube zu Ende geschaut und heute wird's mit Netflix genauso. Ich bin hier raus, sagt einer Samba, wann hört das aus? Gehst du mit mir? Ich steh so langsam durch, wir können ja nochmal das Lied singen. Ich glaub jetzt ist es auf. Ich tanze Samba, ich tanze Samba, Ole, ich tanze Samba, ich tanze zu Hause, Juppteh, ich tanze Samba, ich tanze Samba, Ole. Ich glaub du musst morgen wieder arbeiten. Was? Ich muss wieder arbeiten? Sag ich doch. Meine Schwester singt noch nur dieses Lied. Ich kann die Koffer echt nicht mehr sehen. Sie zwingt mich jeden Tag mit dir mitzuspielen, oh Mann, wie lang soll das noch gehen? Ich muss schon sagen, mich packt hier der Koller, weiß weder ein noch aus daheim. Meine Schwester, die singt schon wieder dieses Lied, könnt's nicht einfach wie vorher sein. Ich will hier raus, sagt einer Sachen, wann hört das aus? Gehst du mit mir? Ich glaub jetzt ist es dort ruhig. Ich glaub jetzt ist es auf. Jetzt tanze Samba, jetzt tanze Samba, oh ne, jetzt tanze Samba, oh ne, jetzt tanze ich Samba, Ole. Ich hoffe du musst bald wieder arbeiten. Wie warst du arbeiten? Sag ich doch, Ole. Aber vorher noch mal Daten gecheckt und noch mal Nachrichten gelesen. Wo sind wie viele krank? Wo sind wie viele genesen? Schnell wird nervös diskutiert und natürlich hab ich recht und vehement argumentiert. Also Vollkornspaghetti mit Himbeersauce soll ja richtig krass gut schmecken. Dann so Kaffee und Vogelmiere. Und nimm Pudding. Da tanze ich lieber Samba. Ich tanze Samba, Ole. Ich tanze Samba. Ich tanze zu Hause, Junge. Ich tanze Samba. Ich tanze Samba, Ole. Ich will mitmachen. Ihr wollt mitmachen und keine Sachen packen? Ich tanze Samba, ich tanze Samba, Ole. Ich tanze Samba, ich tanze zu Hause, Junge. Ich tanze Samba, ich tanze Samba, Ole. Kann mal jemand auf den Spaghetti schauen? Nee, muss tanzen. Ich tanze Samba, Ole. Oh ne, die sind schon wieder ganz labrisch. Vielen lieben Dank fürs Schauen. Ich bin hier raus. Ich hoffe es hat euch wieder ein bisschen Freude bereitet. Ja, das war schön. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Jetzt hab ich meinen Kaffee verschwunden. Lasst wieder ein paar Likes da. Hä, warum? Einfach, weil es geht. Was ist denn ein Like? Wie beim letzten Mal. Hab ich nicht gemacht. Und ja, wenn ihr Wünsche habt, ich will hier raus. Bleibt in die Kommentare. Bis dahin, bleibt gesund. Mit Pudding. Jetzt schau ich Netflix zu Ende. Wir können ja nochmal das Lied hören. Auch auf Spotify. Oh nein. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.